Sie begeisterte alle auf dem Flug nach Malle. Daniela Katzenberger, 31, fliegt ständig zwischen Deutschland und ihrer Wahlheimat Mallorca hin und her. Bei ihrem letzten Flug auf die Partyinsel gab es aber besonders viel Action, wegen einer Flugbegleiterin. Daniela war unter anderem für die Geburtstagsgala von Starlight Express in Deutschland Foto, Schneiderpress. Erst bevor die junge Dame die typischen Fluganweisungen ansagte, hielt sie eine pinke Musikbox ans Mikro und heizte den Passagieren mit ein paar fetzigen Biebs ein. Und sich selbst auch. Die Flugbegleiterin legte noch ein paar Tanzmoves hin und verbreitete auf dem Flug nach Ballmer schon mal Ballermann-Stimmung. Daniela Katzenberger zückte da natürlich sofort ihr Handy, um diesen lustigen Auftritt mit ihren Fans auf Instagram zu teilen. Ach herrlich! Ich liebe die Mallorca-Flüge im Sommer. Die beste Stewardess ever, schreibt sie dazu. Und auch Danielas Fans feiern die tanzende Flugbegleiterin. Sehr groovy, die Stewardess, wie witzig ist das? Da hat endlich mal jemand Spaß an seinem Job. Oder hoffentlich geht es bei unserem Malle-Flug auch so ab, kommentieren Sie das Video. Bei so einer Stimmungskanone kommt so schnell keine Flugangst auf. Mehr Por Minus gibt's auf Bild Facebook, jetzt folgen.